so was geht leute in dieser folge von versuchen kann und ich graven rocks den ultimativen highscore zu knacken genau und somit die herren des universums zu werden warum nicht wir versuchen heute miteinander zu spielen anstatt gegeneinander also kalle bist du bereit ich wurde bereit geboren ich auch okay los geht's okay h m das ist jeff bezos lower was die welt jeff bezos ist tom hardy aber ich weiß wer tom hardy ist ja dann mach du ich habe keine ahnung ich würde sagen ja etwas krebs ist aber für dich kam für mich so meiste okay die ganzen polis guckt ja iran iran war ja wichtig zwölf jahre ja was schon länger als jahre ich will aber trotzdem sagen höher live ist büte von der film ist super es wird häufig durchgenommen ich glaube weniger als iran ja familienbaum ein okay noch mal du bist an das englische fußballclub das kann ich schon jetzt sagen gegen parvo numi wer so anscheinend so ein läufer läufer ist aus der zeit bevor die farben erfunden wer was würdest du denn eben ich würde ich würde oder nehmen dann nehmen wir die oder ich kann aber ich habe keine ahnung wer das ist anfang schon earthquake habe ich noch nie von gehört anscheinend ist das so in den westen nein warum ich immer ich ok ok noch eine runde noch eine runde leute ok du bist an tate oder william shakespeare wo jeder student weiß nach william shakespeare guckt die ganze leute haben kein kultur mehr ok noch eine runde volleyball oder climate change wahrscheinlich ist climate change höher ich bin mir nicht sicher gut dass wir so schlecht oh we chat das ist we chat kannst du sagen we chat ich kenne ja kein we chat ich kenne hier skype oder whatsapp es war früher sowas wie whatsapp aber nur für den we nein es war für den android verarscht du mich gerade ich würde sagen es ist es hat sich an wie so eine familien app also siehst du jetzt so aus kleiner kugel großer kugel ich habe keine ahnung was we chat ist ich auch nicht vielleicht hast du einen familienfreundlichen whatsapp weiß man ja nicht du weißt wo man keine püffelbilder von seinem onkel bekommt genau also was nehmen wir ja weil es gerade wahrscheinlich eine app ist und neu ist aber gut ein roofer ok das ist einfach singapore airlines hör ja du bist dran äh 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 kat kat ok hör ne würd ich auch sagen was oh ich ich lieb den kat pfff er ist gold ok noch eine runde komm ey ja man noch eine runde solar system gegen the terminator du bist dran wir sind raus also bist raus äh wir fliegen direkt raus weil ich beides gleich schätzen würde aber der terminator ich weiß nicht ich glaube der terminator wird nur so welche richtig alte leute so wie wir beide ne gucken ja stimmt das ist ein alte leute film ähm das solar system ist frisch und neu mehr für die jüngeren ja und äh äh ich glaub nicht dass die ganzen jungen jüngeren leute sowas wie ein terminal der sein der scheiße aussieht wenn er seine komischen uniformen verliert weißt du seine haut und sowas ja aber ich würd's trotzdem higher machen nur weil wir recht haben sag ich doch und wir haben verkackt aber wir hatten recht terminator ist ja voll gut fertig so neun komm karte wir müssen mindestens hier 14 schlagen 14 we sport gegen bali bombing pfff fängt ja gut an so noch mal wir müssen 14 schlagen ja ben afflack ging 2001 a space odyssey so geil ich die space odyssey fand die ist lauer wie du es möchtest piano warum wirklich okay ich wusste nicht dass ich wusste nicht dass jeder hier in youtube weiss im musikalischen genie ist mein kampf gegen instrument du bist dran ja ich weiß das wird so 24 stunden live spiel mir sagts dir schon was ist das für ein triathlon gegen meinen kampf willie maize wie herrscht verkaufspersonen das ist auch willie maize nicht billi maize sportler und sportler werden auch immer viel gesucht okay noch mal kombi wir schaffen es über 14 santana ist ein bank okay das ist alles auf dich ich habe keine ahnung entweder santana ist ok noch ein lala land höher die geguckt ich auch nicht aber ich weiß dass es ja vielleicht ok lamborghini also alleine ich google schon sehr häufig nach lamborghini weil ich mich noch nicht entscheidend habe ich nicht waren soll aber ich glaube es ist unter fünf wie man guckt mehr russland an als lamborghini das muss höher sein ja sehr schön krieg verkauft sich immer psoriasis jetzt wirklich ich habe ist das die grenze oder was was ich weiß ich wollte sich aus wie mediziner ja dachte ich immer okay keine free tablet wir hatten wir schon höher Cleveland Cavaliers ich habe kein ich kapier kein basketball ich denke mal das hör hat mir gerade Bayern München gegen Piano Adrianov wahrscheinlich lower hsbc ich habe keine ahnung was in hsbc sondern ich auch nicht aber es scheint was gutes zu sein jupiter wahrscheinlich lower jupiter wird eine million mal nein nein border collie höher china mobile ok das ist gerade nur auf den scheiß internet gekommen ich glaube nach china mobile suchen nur chinas oh paragliding ok das wird es hart gegen dich oh wir waren gerade auf 14 und 14 Kalle wir haben es fast geschafft ok noch einen komm einen noch aber dann ist Schluss ja so ich bin dran Virgin Atlantic ist wahrscheinlich höher Proteinshakes lauer würde ich sagen würde ich auch sagen ok wer ist das denn das ist Alan Park wer ist das keine ahnung aber der hat mir eine DVD rausgebracht bitte nur 75.000 menschen nein ja ich kenne keine schwimmer ich kenne wohl meine schwimmer ja du bist dran nein jetzt habe ich gekackt ok nur mal alles noch lebanon du bist das ist die bundes ich weiß nicht dauer der lebanon ok wir versuchen gerade nicht mehr oh scheiß komm tennis gegen jennifer lopez da habe ich schon wieder das hauspacken Respekt ne alte kuh gegen ne alte kuh gegen ne alte kuh gegen sport oh ey nocturnal animates die zeigen so eine v oder ist das ein film oder eine serie ich habe keine ahnung das sagt mir einfach mal so gar nicht ah das bestimmt so eine serie scheiß oakland raiders gegen schönheit ich bin raiders fan ich muss das sagen oh ok city of god broadband braveheart das ist ein film ist immer höher tunesien euer ernst komm kalle eins noch eins noch ich bin ja dran ne warte 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 das ist mir auch egal das ist mir auch egal das ist mir auch gut aus wird nur für männer da sein und geht höher männer geht mehr in strip clubs scheiß auf die frau ja weiter geht ich habe es falsch geraten ähm vor war gegen britons god talent höher ja ernsthaft ach das tut schon weh ja ihm im gesicht ja ok noch ein das war schluss hart disease gegen assault Du wirst. Ja, ich weiß. Yes. Yes. Ja, das ist höher. Kenn ich schon. Ich versage genau, was Lois. Okay, nochmal. Face palm. Face palm. So palm. Harassment. Harassment ist wahrscheinlich... Hey, was suchen die Lothar heutzutage? Ja, nicht mehr die interessanten Sachen. Okay, eins noch. Aber dann ist Schluss. Okay, Gonorrhea. Das heißt, irgendein Disease gegen ein Tennisspieler. Du bist dran. Oh, du weißt, wie ich das meine. Noch ein Schuss. Football gegen Clint E. Das weiß ich. Was macht Cookie traurig jetzt? Oh, Fight Club. Das geht nicht. Ey. Kalle, ey. Okay, noch einen. Noch eine Schuss. Was ist ein Wahnsinn-Nobel. Das ist eine amerikanische Buchfirma. Wer interessiert sich schon für Handball? Mehr als für Marathon. Okay, Kalle. Noch ein. Dann ist wirklich Schluss. Ich bin dran, oder du? Du. Ne, du bist dran. Ich habe Handball ausgewählt. Was würdest du denn sagen? Sagt dir Madman was? Nein. Ihr seid einfach kacke. Ich weiß haargenau, was ich schon in den Titel schreiben will. Okay, Banana Cake gegen Basketball. Eins noch. Sieht der Kuchen eklig aus. Banana Kuchen, ja? Uh, höher. Da fehlt mir höher. Uh, Bay Ray. Ich kenne ihn nicht, also. Oh, okay. Tom Brady. Ist ein Fotospieler. Uh. New Indian Patriots und in der Hall of Fame. Okay. Aber wenn ich was da auch was da war. Speed round. Speed round. Speed round. Kellogg's. Hö. Oh. Speed round verkackt. Okay, noch einmal. Speed round, komm her. Speed round. Nein. 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 Jetzt gibt's nicht. Noch einen. Scooby-Doo gegen QY. Immer Scooby-Doo, hallo? Okay. Ey, Michael Jordan spielt noch nicht mal mehr. Der spielt Basketball. Ja, aber der spielt gar nicht mehr Basketball. Nee, Baseball jetzt. Weißt du, woher ich Michael Jordan kenne? Unitunes. Ja, genau. Ich habe mich auch. Okay, eins noch. Inside Out, ein Film, habe ich schon gesehen. Gegen The Sharkshank Redemption Film, was ich auch schon gesehen habe. Uh. Ja, aber Sharkshank ist besser. Epilepsy. Epilepsy. Ey. Wenn irgendwas... Okay, wir hören jetzt auf. Ja. Besser ist es. Wir müssen einfach dazugestehen, wir haben verkackt. Wir haben verkackt. Die Gesellschaft hat gegen uns gekackt. Oh, Scheiße. Aber ich verstehe nicht, wie Epilepsy, weißt du, weniger gesearcht wird als fucking, äh, was war es? Frozen oder so. Das war der Shawshank Redemption. Ach so, ja. Und dieser Film ist ein Klassiker. Ja, aber trotzdem. Denn hier ist ein Klassiker. Never. Aber das war's.